Willkommen zu mein Reiterhof, Pferde, Turniere und natürlich Abenteuer und das alles auf der Nintendo Switch. Wir werden heute mal ganz untypisch hier anfangen mit der Aufnahme, denn ich hatte ja gesagt, wir wollen mal nach einem neuen Outfit gucken. Ich muss das erst kaufen, okay. Ich habe gedacht, ich könnte das quasi im Warenkorb legen. Und ja, wir brauchen ein neues Oberteil, ein neues Jackett, denn mir gefällt dieses Weiße zu dieser Jeans überhaupt nicht. Schwarz geht natürlich immer, blau sieht aber natürlich nice aus. Ich glaube, ich nehme das blaue. Obwohl das Weinrote natürlich auch was hat. Wir nehmen das Weinrote und wir nehmen das blaue. Und nehmen noch ein... Ich würde sagen, ein schwarzes Shirt. Eine Collegejacke. Sieht cool aus. Ja, okay. Dann, wenn es cool aussieht, werden wir uns das auch mal leisten. Jetzt gehen wir mal hoch zum Schrank und ziehen uns mal um. So, dann nehmen wir das hier. Weil die Collegejacke natürlich auch was hat. Und dazu... Ah, wir lassen die Stiefel mal an. Und werden auch mal kein Zylinder aufsetzen. So, so sehen wir doch ganz nett aus. Ich finde, wir sehen gut aus. Und jetzt werden wir zum Pferd gehen, es Stall sauber machen, füttern, es pflegen, also sprich abduschen, abwaschen. Und dann werden wir nochmal die Strecke trainieren. Weil wir haben jetzt schon Ingame Donnerstag. Das heißt, wir haben jetzt noch so zwei bis drei Tage. Und dann ist wieder das Rennen. Und dafür wollen wir ja auch gut trainiert sein. So. 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 Futter und Nahrungszusätze haben wir uns gekauft. Das haben wir jetzt auch wieder vorrätig. Und wir werden jetzt auch mal Nahrungszusätze hinzugeben. Ich weiß nämlich nicht, ob ich das in dieser Woche schon mal gemacht hatte. Wo wir trotzdem noch mal andere Schuhe bräuchten. Irgendwie passen diese Schuhe zu diesem Outfit nicht. So. Gesundheituntersuchung war erfolgreich. Jetzt werden wir es mal schnell abduschen. Und dann geht's raus zum Training. Und wir könnten uns mal noch mal einen neuen Sattel holen. Anstatt nur schwarz und weiß. So. So. Auf geht's. Wir werden jetzt eine Runde trainieren müssen. Habt ihr euch das Spiel eigentlich mittlerweile auch gegönnt? Oder schaut ihr das lieber bei mir zum Beispiel oder bei anderen Leuten anstatt selber zu spielen? Das würde mich mal interessieren. Und ich glaube, ich hab das schon in der letzten Reiter-Folge erwähnt. Es soll noch im Mai, so Mitte Mai rum, ein weiteres Pferdespiel auf den Markt kommen. Ähm, ich habe es auch schon vorbestellt. Und natürlich werden wir das hier auch spielen. Zumindest schon mal anfangen zu spielen. Und wenn euch das nicht gefällt, dann werde ich das wahrscheinlich nur noch privat für mich spielen. Weil Spiele, die ich hier anfange und die von euch nicht mehr gesehen werden wollen, die spiele ich dann meistens dann privat für mich noch zu Ende. Weil im Endeffekt bestimmt ihr das Programm auf diesem Kanal. Sind die Aufrufzahlen bei einem Spiel dauerhaft nicht gut? Also sprich 0 oder 1 oder 2 Aufrufe. Dann wird das Projekt beendet und entweder irgendwann mal weiter fortgesetzt oder ganz beendet. Und ich spiele es privat für mich alleine. Deswegen, das entscheidet quasi ihr. Mal schauen, ob wir jetzt hier wieder hängenbleiben. Die letzten Male sind wir hier immer hängen geblieben. Jetzt komischerweise nicht, das ist gut. Obwohl ich auch jetzt nichts anderes gemacht habe als sonst. So, Minute 3. Ich glaube, das ist ja schon fast ein neuer Streckenrekord, den wir hier haben. So, ich schaue mich nochmal hier hinten so ein bisschen um. Auch wenn ich sagte, das machen wir ein andermal. Aber ich bin ja doch immer ein bisschen neugierig. Ich möchte gerne mal richtig meine Folge mit euch hier nur die Gegend erkunden. Und das werden wir auch noch machen, sobald das dritte Rennen erledigt ist. Dann werden wir uns mal die Zeit nehmen und ein wenig schauen, was wir hier noch so entdecken. Ich glaube aber, hier ist eine Sackkasse, genau. Ist denn hier auch eine Sackkasse? Ja. Ja, kann ja sein, dass in einem so eine Nische so eine Truhe ist, die wir öffnen können. Ich weiß ja nicht, wie viele Truhen es hier insgesamt gibt bei dem Spiel. So ein paar haben wir ja schon gefunden. Und ich liebe ja solche Sammel- und Suchaufgaben. Das könnte auch ein Pferdespiel nur mit Sammel- und Suchaufgaben sein. Das wäre mir auch egal. Ich würde es auch liebevoll und mit Genuss spielen. Ja, okay, wir werden jetzt wieder zurück reiten. Wir werden jetzt das Pferd... Oh, da ist eine Truhe. Ich glaube, ich muss dafür absteigen, ne? Ja, ich muss dafür absteigen. Dann mache ich das jetzt mal eben. Und mal sehen, was da drin ist. 200 Credits. Das ist ja schön. Da haben wir eine weitere Truhe gefunden heute. Deswegen, wir werden auf jeden Fall demnächst hier auch mehrere Folgen, mal so zwei, drei Folgen, mal die Gegend hier in Ruhe mal auskundschaften. Wer weiß, was wir hier noch alles für Missionen entdecken und für Truhen. So. Und jetzt geht es wieder ab in den Stall mit unserem guten und treuen Freund und Begleiter. Aber jetzt werden wir erst mal noch mal den guten hier füttern. Weil... quasi das Mittagessen, wenn man so will. Und dann jetzt noch einmal die Hufen reinigen. Und dann hätten wir es ja schon für heute. Und haben noch eine Truhe gefunden. Was will man mehr? So. Damit wäre es der letzte Ruf. Dann gucken wir noch mal nach unseren Aufgaben. So, mach's gut. In der Pferdewerte, genau das alles auf... So, also wir werden demnächst das dritte Rennen hoffentlich erfolgreich absolvieren. Und dann müssen wir noch zweimal ein goldenes Hufeisen. Sprich, wir brauchen noch ein zweites Pferd. Nun, bevor wir das mit dem zweiten Pferd machen, also zwischen dieser Aufgabe und dieser Aufgabe, werden wir ein wenig die Gegenden auskundschaften. Und das werden wir innerhalb der nächsten paar Folgen definitiv machen. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Passt auf euch auf. Bleibt gesund. Und Dankeschön fürs Zusehen. Euer MyGamingWorld81. 80. Ich bedanke mich. Vielen Dank.